Wir haben ganz viele Freunde hier und als allererstes möchte ich die harten Siechen, die vorher durch den Regen gelaufen sind und jetzt hier stehen, die Flatschnasse, verdanken. Und wer sind eigentlich die harten Siechen? Wer sind die harten Siechen? Dreichler! Und jetzt gibt der Dreichler einen ganz lauten Applaus. Matthias, danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Für die Freiheitstrichler gibt es kein schlechtes Wetter, es gibt noch schlechte Kleider. Herzlichen Dank, Freik, KMU. Grüezi, Grüezi, Wangen, Schweiz. Es ist uns die Freiheitstrichlers Anliegen. Heute sind Sie nicht aus irgendeinem Herzgründ, sondern aus taktischen Gründen. Wir wollen eine gute Sache stärken, wir wollen die Schweiz stärken im Hinblick auf den 13. Juni. In dem Sinne, im Sinne von meinem Versprechen, eine Minute Redezeit, möchte ich euch allen, Freunden und zugewandten, Bekannten zurufen, Friede, Freiheit, das Volk ist souverän. Friede, Freiheit, das Volk ist souverän. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, danke Patrick. Danke. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.